Oh, Junge, Junge. Brauche ich mal Hilfe hier. Äh, Banane, noch mehr Steps. Die letzten zwei Banane. Bombe down. Hallo meine lieben Abonnenten, willkommen zurück zu einer neuen Runde Counter-Strike. Ich habe wieder dieselben Leute dabei, den Golden Tee, den Kaldres, den Alcatraz und den Yannick. Hallo. Guten Tag. Hallo. Oh, eine LR gekriegt. Nice. Zwei haben unter 10 Stunden, äh, 20 Stunden und die sind auch noch befreundet. Parane, prädest du, ich kann nicht ausreden. Steht genauso. HALDI ICH ESSEN, DU BASTERD! Ja, 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 Kurva. Oh Gott, wenn ich das schon wieder höre. Kurva. Über die Polen und Russen, ey. Polen. Leute. Alter. Na, wo steht denn der? Was steht denn da, Ben? Ja, der ist tot. Hab ich nicht gesehen, Alter, ich hab zwei Händer gekriegt. Ah, Mann, ey. DIMO 90, Alter. Oh Mann, der hat 2,8 Stunden. Hab schon gerade gesagt. Halt die Fresse, Alter. Ja. Ne, aber es mir immer, wie auch immer aufgefallen. Ich hab eine dreimal Döse mit dem Pistol gegeben und einmal aus dem Meter Entfernung. Mit der AWP. Die haben sich bestimmt auch schon Alkers Profil angeschaut und gesehen, dass es privat ist. Und gelacht. Ey, sie können aber trotzdem das, das CSS Profil ja sehen, äh, CSGO Profil sehen. Und da sehen sie 500 Sieger. Also insofern. Ach, halt's den Maul, Alter. Ach, halt's den Maul. Erstmal Kommunikation blockieren, ey. Egal, wenn du eh nicht. Warum geht denn die auch beim Fahrrad? Warum startet ein Spiel nicht? Ah, die sind doch alle vollständig, oder? Ja, ich schon. Oh, Leute, geblockt. Wir haben uns gegenseitig geblockt. Ich wohne nach linksweg und du nach rechtsweg. Hab ich kurz, okay. Alter. Ups. Ups. Aua. Oh, der ist attackt, lol. Ja, okay. Noch einer. Einer ist wieder geläftet von dir. Oha, lol. Er hat vorher nicht mal auf dich geschossen. Er hat auf mich geschossen. Oh, der war schlecht. Aua. Ah, ich schweige auf, dass wir die Cheater nicht spielen müssen. Äh, hm. Er startet's ja. Ah, lol. Er steht hier vorne. Der war schon mal drin, der Typen. Zwei. Ja, aber... Jetzt ist er wieder da. Ja. Weil der letzte startet irgendwie gar nicht. Er hat immer einen LL-Ping und ist nie live. Der Akkushampoo. Boah. Geld für den Decoy hab ich noch. Na, kann gar nix, der Typ. Na, gut sind die halt, find ich nicht. Na, voll ja. Finde ich nicht. Boah. Hä? Schadet doch nicht, oder? Doch. Doch. Oh, gegen vier. Nice. Sonst verlieren wir die erste Runde. Halt die Fresse. Echt, ey. Halt mal die Storze. Prima. Mach's B? Okay. Ja. Alles easy. Die ersten... Die ersten beiden vorne, die anderen drei links. Let's go. Let's go. Also, die Christians vorne. Nein, jetzt sind die wieder fünf. Pff. Ah. Ah. Ja, er musste seine Hex noch richtig anmachen. Muss ja laufen. Wasser. Aua, kurz ist noch einer. Pflege. Ja. Ja. Hoffen. Ciao. Nice, Alter. Doll. Nice Langschat, Alter. 94 in drei. Kurz kommt. Kurz kommt. Hat nur noch sieben AP. Sechs AP. Äh. 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 In Richtung gucken, Leute. Da ist ja Wasser. 98 in eins, Alter. Ja. Janik, ich hab doch zur Tür geguckt, ne? Ja, bloß wie du stirbst und dann krieg ich auch gleich ein Headdy. Äh. Ich konnte nix sagen. Von den lieben netten Typen mit 2,8 Stunden. Hallo, meine Leute. Ich hab mal ein Schafrook. So nähe ich auch. Klas, mein Kind Milch. Ich hab ja, was geht das, was geht das, was geht das? Da ist ja so schnell verschoben, die Bastarde. wie lang das da Alle lang! Janik! Hast du Tag 9? Jetzt sollst du hinter mir. Ja, weg ist er. Nice, Christian! Banane! Deswegen wollte ich Banane lang gehen. Von Banane kommt was. Unten ist Low! Oh ne, lol. Okay, er hat nur 40 gekriegt von mir. Einer kommt unten. Ist da! Beide da! Beide am Stromkasten! Ah, er hat 30 bekommen. Kommt Leute, kommt! Jemals hoch. Och, das war scheiße. Lachen wir noch ne ECO aber. Ja. Wir haben MPs gekauft. Ich gehe wieder lang. Psst. 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 Alle lang! Psst! 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 eine Banane und hinter uns lol vielleicht doch splitten sollen ja das sag ich doch die ganze Zeit die ganze Zeit ja Nick kaufen und blenden die Bombe du Affe ja natürlich ficken wir mal an und wir gucken mal was passiert hier mal als erstes Mitte also Richtung A orientieren einer muss da hinten decken und so weiter denke mal hier vorne wird einer offensiv auftaucht ok vielleicht auch nicht oh zwei sind hier mehrere Meter mehrere Meter einer ist Treppe einer ist Connector bei wir kommen jetzt unten lang also da vom Terras lang kam ne Flash ne ja von hinten kommt was oh ne einer treppen danke hinter uns oh ne woher denn Connector der steht in der Ecke nicht Connector in der Ecke ach da Bombe down Mitte ja einer ist Connector der andere kommt der andere kommt oh nein kommt der wieder der andere ist Toilette Toilette ist noch einer ja Mann mhm 15 Sekunden tief schade schade neb ich auch noch 61 und 2 ja kauf mal wir waschen weh die ersten beiden geradeaus die anderen drei links we will make them we will make them regret this day wow hab dich hab dich immer noch oben einer schade er läuft er läuft Autosniper boah was ein Basta oh 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 ich kam nicht mehr weg verdammt warum renne ich auch da lang ja einer kommt kurz ne noch nicht der kommt noch nicht schade warum müssen wir immer gegen Smurfers spielen warum das schlimme ist diese Geige die Eko okay das ist zu spät ja komm ich hol mal eine Aave kauft was ihr könnt doch alle genug Geld da haben wir schon Glück guck mal was A geht ich mach mal bisschen Stress bei B baut euch mal vor A auf und sagt doch mal Bescheid wie weit der kommt ich weiß nicht wie offensiv die sind connector verkommt was alles für sie die connector ist nichts lang lang connector war was einer lang einer lang geht B geht B da war einer der Blau hat die Bombe wir können nicht B gehen ja ich geh jetzt B einer ist auf A ja der ist immer noch da lang noch ganz hinten geht B komm jetzt B ach Leute was denn ja ich bin tot ja von wo ja weiß ich nicht window wir sind umgefallen beim Bombe der ist immer noch da oben alles für sich dort einer kurz ich hab kurz wir können rennen wir können rennen Bauer für sie so läuft Alka kaufen wir mal eine AK bitte warum hat Alka eigentlich immer das meiste Geld weil ich sparsam mit dem Geld umgehe mhm er hat ihre Brüder und Cousins die überweisen über ihr kauft euch volle Nades und so die ihr gar nicht benutzt ich benutze jede Runde Mitte kam gepusht das ist nicht richtig Connector ist gesmoked Christa aufpassen nice nice einer ist an den Treppen Lan kommt vor gib mir direkt zwei Header weiter auf kurz Timo ja auf kurz ja wie sie kommen jetzt Richtung Toiletten komm der letzte müsste auf B sein wenn Yannick sagt der ist auf kurz nein der ist auf A ist auf A G B G B ich hab ihn A lang laufen sehen ja geht er auch noch ich hab ihn nur bei kalten Steppen halten B ist clear kommt ich bin unterwegs ich bin sofort da einen Moment ja alles gut meine Aave liegt am Spielplatz da ne oh Gott da war zu hoch wo Alka ich hab kurz ich hab kurz hat der einer lang? ich hab Terrorseite ok ich guck oben ich hab noch 1600 AP Aave hat mich einmal dick erwischt am Bein hast du Steps gemacht? ja ganz kurz hast du die Aave schon vom Spielplatz? ja ok nicht dass der die holt Christian komm wir können weg ich muss aber weg sonst sterbe ich Terrorseite hast du ja? ja steht hier nicht so weit hinten ich muss ziemlich weit blieben so sterben hab ich mal aufgeräumt da wo bist du Alka da hinten? letztes Mal voll weg gelackt reizt mich hier jetzt hol ich die Galli raus jetzt ist schluss mit lustig mal gucken ob der immer noch pusht Tino Tino einer stand immer lange Röhre und einer ja lange Röhre rechte Seite kurz ja und kurz kam immer einer gepusht glaub die haben Echo der hatte Pistol pass auf lange auf Carlos da kam letzte Röhre vorgepusht Röhre Röhre diese Kasse von hinten decken einer in der Toilette Tohle ich hab ein 300er Ping gerade unten weiß ich natürlich nicht lang ist bis jetzt nix er kommt wollte kommen ja Toilette ist auch noch einer ja wollte lang ist auch einer Toilette hat sich grad gezeigt auf lang ist aber wieder reingegangen ok komm zu B B ist clear ja ey ich hab einen beschissenen 300er Ping ja dann wirds oh er macht zu stolpern Creasy ist ätzend ey kurz 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 ja hab kurz gehört auch ich planter kurz ich smoke kurz kurz hab ich oben aufpassen oben hab ich unten ist da hat 80 gekriegt eine Nate rein da der kommt jetzt rum kurz ist noch einer kurz und zwei kurz kommt zwei kurz und die letzten beiden noch einer pass unten auf Oka nice ein Nate gefressen der Nate hast du dir immer über 4 gegeben dass der umfällt einer war low der ist dann auf jeden Fall voll reingerannt weil der andere war danach auch low 54 und 53 ja Dino spielst du mit nö ich hab mal vier Tage havekraft als ich von ihm darf danke boi Junge habe ich hier verfehlt ja immerhin ist er zurückgegangen er hat Angst bekommen aber wer hat Angst vor mir ich guck lang wo hast du bombed? Pass auf ne ja da sind zwei Stück einer Banane und einer Connector guckt nicht guckt nicht guckt nicht lang lang AWP nein ah Mann Autosniper wieder auf B drauf was für dumme Idioten zwei sind auf B drauf einer steht kurz einer steht oben was mach ich da? lol alter den hast du aber auch verdient gehabt ja schade man scheiße ich hab gehofft die verschiedenen Schuhe haben schon verschoben wir hatten verschieben sollen lass es B-Rush Christian kauf Yannick was ja genau oder Freezy Yannick was? P90 einfach harten B-Rush einer kommt da immer offensiv und vorerst Autosniper müssen uns einfach ein bisschen verstecken ist das Fenster? ja ja ich hab Aave ja ich geh über kurz da und einer kommt vorne einer kommt direkt vorne jetzt ja Yannick kurz kommt immer einer gepusht pass auf ok jetzt kommt der nicht vorne weg dich kurzes Smoke Wasser 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 down Wasser down Kaltris du Swongo oben Autosniper der hat mich erwischt ja sorry aber ich hab den da für einen schönen Header gekriegt ich hab oben wir smoke ich hab unten Kaltris kannst du auf lang aufpassen der ist Banane grad gewesen ja ich hab lang hä wer ist tot Freezy guck mir mal zu wo ist denn hier eine Waffe stimmt Waffe gespielt ah loll ok hat einer die Autosniper switch mal eben auf Alka hier oben auf Windows ich hol mir die mal die ist da drinne ich glaub der war da deswegen hab ich noch gehört ho ho ich sterbe oh oh ich sterbe oh oh he 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 er hat ja ein bisschen Haare ne der hatte ein Auto easy pedi alter ich hab grad A-Beschuss gehört ach so du meinst der letzte von denen so jetzt lass mal A gehen dann sind wir zwei Sniper ähm zwei waren eben im Connector drinnen ja Toilette eckt einer und einer Gehst du lang oder gehst du äh Mitte? geh lang ok geh ich Mitte ich geh Mitte oben gleich da muss man vorspringen einmal steckt mich unten ok Mitte sehe ich nichts Connector einer drinnen ich hab auch nur Dauerfeier gemacht und der läuft rein lange hab ich nichts zu sehen war lang vor ich bin ein bisschen mobiler als du wer hat denn die Bomben gehen mir nicht so weit vor ich glaub die haben schon ich hab Connector ich bin im Connector oh wie lange seh ich nichts ich smoke Bank ich smoke Bank da ist einer AWP in das Bank Bank gesmogt ja den kann ich einen Brand öffnen das ist ja schon mal einer in Richtung Van hinter der Eisenbox die ist irgendwie scheiß Kante gefunden Eisenbox Van ja genau AWP ist immer noch Bank Janik Janik schleich doch immer noch letzter Bank Janik hab ich jemand habe ich nein Autosreiter er hat mir seine Zuge wie ich schon lange geholt hab willst du AK? kommst du selber ne ich kaufe war das der selbe oder war das ein anderer ein die rennen sie schlafen einander vorbei alle die rennen sie schlafen einander vorbei alle wieder ahhh 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 du musst ne Connector hier im Auge behalten von hinten ganz viele Steps ne Connector komm komm ich hab ich hab in der Toilette ist einer links oder rechts 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 ich hab nur gehört Connector ist weggesmoggt ist es bauen ok go Argo ok go Argo oh lol sorry uiii warum müssen wir immer gegen Smurfer spielen das war der richtige Einwand Tino wie oft hast du Wommel geplantet ja geiler Typ ne ahhh wär echt mal cool wenn noch ein paar mehr Leute killen würden außer ich und Alka wir können euch nicht immer Caronade haben hallo ich hab hier wieder weiter mit ihr WP was heute ey Wommel planten kann jeder echt so mach ich das jetzt mal auch für sie jetzt haben wir getauscht mit dem Pingu boah schlimm ey ah fuck A aber rechte Seite jetzt wird C rein 4 kacke 33 hab ich den gedrückt kommt mit zurück auf B oh so jetzt haben sie Bombe gesehen lass mal wieder auf A laufen ja geh du Aua warte 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 ich gucke aber ich fehl war rechte Seite WC rechte ich jetzt weiter zurück auf Spot ich glaube ich hab nen Connector was so umhören so Alka alter Yannick ich bin nicht auf die Karte geguckt ich bin hier so aufgeschmissen mit dieser Waffe hier es sind ne andere hinterliegt eine Yannick warte bevor wir gehen ich bin nur so auf dem Land jetzt warte ich smoke das im mach was macht denn das mach was macht denn das oh Yannick wo war der an? Bank it's low nein wohl war er nicht? war ein anderer oder? nein sag Bescheid wenn die kommen der braucht Hilfe geh drauf nein jetzt kommt er oh lol der eine macht Wasser-Steps das ist ja scheiße das hat sich so angehört als wenn der zurückgegangen wär grad ey dieses scheiß Gitter was da eigentlich gar nicht mehr ist Yannick P90 dauerfrei aufm Kopf was ist da los ich hab gelaggt hast du nicht gesehen? der war hart grad komm bewash keine AWP brauch wer was? nö und bleibt so lange wie es geht hinter der Säule nicht dass da oben AWP oder Autosniper ist Alka du hast nächste Runde 16.000 wenn was ist kauft dann für andere ne? ja hallo achso ja 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 wie sie gerade zu ich auch der Rest links ja ich bin full flash ich seh nix ich pass von hinten auf Brand ich wurde abgesto- hab ich von hinten noch einer down komm rechts vorbei war es da noch einer? ja war noch? ja im hit oben AWP oben AWP ey ähm Lila NEIN da ist immer noch ein Bloll ich komm nicht vorbei 78 Wasser einer ist runter gesprungen gefil sie beide beide ich hab doch tausendmal gesagt im Wasser letzte auch da auch low nice äh alter zu meiner Verteidigung ich hab Wasser geguckt der ist grad hochgeschlichen hinter die Kante und dann schmeiß ich die Smoke und dann kommt der wieder runter ja der war weg der wär weg aus dem Wasser wer will was ist eh letzte Runde alter ja äh hast du wieder payrushen oder? ja ey so sehr floating hast du 60 km lol äh 2 sind da vorne die haben mit p-wash gerechnet die hat Terminal nein die hat nicht einould지고 haben ne die andere hat aber ne piste ja der hat die leer geschossen die papper Nein, das waren zwei. Soll er trotzdem... Soll er trotzdem B versuchen? Alka, da kommt gleich was her. Also einer ist noch Low auf B. Das war dir ja. Das war dir ja. I am... Egal. 8, 7. Hat den Nate gesessen? Gucken wir mal. Er hat gesagt, du sollst dich die Fresse halten, Mann! Doch, den Nate hat gesessen. 1 und 1. Guck mal, jetzt spielt der schon so lange mit uns. Jetzt hat er nicht mal nur 2 Stunden, sondern 3,3 mit uns. Ja, siehste. So sind wir. We got this. Ich bleib auf A. Ich geh B. Okay, dann geh ich mit B. Ich geh dann lang, Alka. Ich bleib On-Spot, ne? Ich geh hier bloß vorne an die Kante. Sieht schon irgendjemand was? Ja. A. Willkommen, ich verschiebe. Ich geh mehrere Steps auf A lang. Auf Toilette. Banane. Wahrscheinlich. Nice. Bombe down. Bombe down A. Einer ist noch B. Einer ist noch B. A. Ich bin low. Ich hab keine Mundi mehr. Ja. Passt einer von hinten auf. Einer wird vom B kommen. Hinten. Muss ich da. Danke. Nice Christian. Er kommt, er kommt, er kommt. Ich hab einen HP. Okay. Den hab ich leider nicht angehittet. Der ist voll live. 39. Au. Mann. Tino, der ist drauf auf A, ne? Ja, Bombe liegt hier. Oder doch. Komm, wir zocken. Alter. Ich hab ihn nicht einmal getroffen. Ich glaubst, er wird 3 Sekunden früher verschmeißen müssen. Boah, er hat einen Hatter gekriegt, Alter. Wir sind jetzt zu viert auf B, okay dann gleich zwei Sekunden. Ja, wahrscheinlich kommen die jetzt in den Spiel, siehst du? Ja. Ja, nice hier, Alter. Kurz. Zwei noch lang, drei noch lang. Einer kommt kurz, eine Bombe kommt kurz. Nein, der geht Connector, Bombe geht Connector. Einer ist aber noch kurz, einer ist noch kurz, der streicht vor. Mit MP7, Bombe ist Connector gelaufen. Geht hoch, geht hoch, geht hoch. Einer ist noch auf A, auf B. Ja. Ah, jetzt kam mal kurz. Bombe ist bei Alka. Bombe down Alka. Nice. Lohnt sich doch immer wieder eine Waffe zu kaufen, seht ihr? Ich habe alles mit Pistol geregelt. Hehehehe. 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 Kaufen oder Echo? Ja. Kaufen. Briefly, wenn wir gewinnen, kaufen. Go, go, go. Fuse Kid wäre aber auch ganz schön. Ihr drei Spackos. Hehehehe. Ich habe geklappt. Gott sei Dank, Alter. Wenn du eine Folge siehst, dann wirst du sagen. Dann wirst du sagen. Boah. Freezy. Nee, scheiße. Das haben wir gar nicht aufgenommen. Verdammt. Einer ist lang. Zwei lang. Komm zurück. Lang kommt. Einer ist schon relativ weit vorne. Nee, läuft hier. Verschiebt man mit hoch. Verschiebt man mit hoch. Läuft Richtung Klo. Nee, 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 nee. War hier. Nee, war hier. Nee, hat sich lang gepusht. Hat der Toilette geschossen? Ich bin Bank. Glaub ja, der hat doch nicht geschossen. Ja, Toilette ist einer. Ja. Boah, ich treff auch gar nix. Toilette. Sollen wir verschieben? Nee. Nee. Toilette low. Kurz, gesmoked, hab durch den Smoke geholt. Ja, nice. Ja. Boah, die 960 gegeben auf lang. Aber lang kommt noch nichts. Bauen wir wahrscheinlich B, wa? Keine Ahnung. Wir haben grad zwei auf B geholt. Okay. Dann wird die A kommen. Rot. Ich hör Steps auf äh... Wasser. Wasser irgendwo. Nee. Doch, der kommt vor. Kurz, 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 kurz. Hab ihn. Ja, die werden versch... Ich soll grad sagen. Gut. Äh, alter, drop mir mal ne Waffe. Bitte. Oh fuck. Lang. Wirst du helfen? Äh, ja. Äh. Ich seh die Bombe verschieben. Janik, Janik verschieben. Mitte, Mitte Bombe. Bombe kommt Banane. Dann können die doch noch kommen. Toilette. Nee, sind schon durchgelassen. Lang kommt. Zwei vorne gewesen. Für Full Flash. Zwei noch lang. Nur mal. Komm jetzt drauf. Alle drei da. Alle drei. Wir kommen jetzt drauf. Ja. Alle am Auto da. Shit. Ja, war gut, war gut. Letzter lang. Alle haben zwei. Oh, einer Bank. Nee, nö, nö. Kannst du mir ne AK mitbringen? AK, AK, AK. Ja. Ja. Dieser Pisswaffel spielt. Ja, Mann. So, ich will jetzt. Ah, du kriegst den 4. Alter, die standen. Du hast den nicht mal weg gebrochen, ne? Du hast? Nein, ich hab dir die Tino gegeben. Die hat weniger Geld. Kaufe mir mal ne AKP. Kaufe mir mal ne AKP, Janik. Oh, Sack hier mittellang. Du hast deinen 4, Alter, ne? Ja, ja. Ey, Mann, ich spring ins Wasser und kriege Schaden. Weil du zu weit gesprungen bist. Flash auf B. Unten. Noch ne Flash. Deploying Flashbang. Scheiße, warte Scheiße. Noch eine. Flashbang. Oh, Mann, ey, da. Noch, ich bin Full Flash. Wird weh. Ja. Ich bin Full Flash. Und einer kurz. Ich brauch Hilfe, ich bin alleine. Komme, ich komme. Noch einer, Klaus. Blenden, glaub ich schon. Oh, weg ist man. Oh, Fass. AWP ist auf. 94. Ja, nice. Aua. Letztes unten im Wasser. Ja, mach zusammen, mach zusammen. Im Wasser? Wo? Direkt unter mir? Nein, 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 nein. Nein, hinter der Säule. Ah, alles klar. Wo bin ich heut Kacke? Ja, mach zusammen, kein Wasser. Christian! Tino, sag, dass du vorgehst, wa? Und nicht Christian! Ich war schon unten, das musst du doch sehen! Das heißt trotzdem nicht, du warst vorher unten Wasser! Verdammt, ich steh ganz hinten, Alter! Ähm, kalteres, soll ich dir was legen? Nee. Ich kann auch was legen, ich hab 6000. Jedenfall hälten, Parteien. K acuerdo. jaar, hier nei, батon ним. Ich war VB. Ich kann lange halten, ihr müsst mich dann vc decken, bitte! Ja, vc ist schon da! Die verschieben auf A, auf B Lang kommen zwei vor, langsam Ja, fuck Einen hab ich getaggt Einer ist low Bomba down Nein Ich wusste es noch Zwei sind Banane Ja, weil zwei bei mir sind Ja, sind nicht zwei bei dir Sind allein schon zwei lang gewesen Können nicht zwei bei dir sein Zwei Banane Zwei sind low Links ist schon einer, ne Heat Ja, ich seh doch nix, wenn du schießt Ist das solcher Schieß Schieß einfach Man sieht das als Zuschauer ja an Er ist eher in der Echo Sehen mich die Gegner eigentlich dann schon, wenn ihr mich seht Na, die seh ich auf jeden Fall früher als Wann genau, kann ich dir jetzt auch nicht sagen Ah, einer vorbeheben Ah Scheiße Runtergefallen Hast du eine Waffe gehabt? sehe ich auch nicht nix, wenn du Angst hast ? Nein, noch nein drei smokes hier allein schon einer ist bei dir das ist schnell durch nach gott sieht mich auch gleich eine ist noch die auf jeden fall 50 in 2 man an durch schießen der da muss er gleich als er nicht gekillt hat muss gelaufen sein so eine arme wobei dort Weil dann würde ich von hier gucken. Aber mach das. Steps auf Banane. Hier ist einer. Hier steht noch einer. Oh, Junge, Junge. Brauche ich mal Hilfe hier. Banane, noch mehr Steps. Die letzten zwei Banane. Bombe down. Junge, Junge, Junge. Hehehe. Scheiße, Alka. Nice gemacht. We cut this. HWP. Bitte Steps, ja. Biss mich. Banane Steps. Boah, bin ich scheiße. Einer kommt lang jetzt. Zwei kommen lang. Ich verschiebe und helfe Alka. Ja. Yannick, hast du noch was gesehen? Nein. Dann lass uns hochgehen. Ich habe auch gesmoked, deswegen konnte ich nichts sehen. Oder stell dich oben hin. Fenster. Ich habe eine P90. Ich bleibe im Wasser. Ja, aber dann kannst du nicht sofort attackt werden. In letzter damit Zeit. Ich habe, ich habe, äh, Twitter. Ah, da ist noch einer. Keiner guckt lang von euch. Im Wasser ist gerade einer gestrungen. Ich habe Alka von lang. Seine Hinder kommen vorm Van rum. Aber dann hat ihn Christian. B-stepped. Nein! Direkt hier vorne an der Kante. Scheiße. B-stepped? Ja. Ich komme runter. Bombe B. Kann nur noch die A von oben sein. Bombe B. Sehr schön. Einer war noch auf A da. Ja, die AWP. AWP kurz. AWP kurz, nicht gucken. Einen habe ich von A. Letzter da mit B. Okay. Okay. Alles klar. Kann ich wieder Arbeit mitbringen? Ja. Nimmst du AK mit? Achso, okay. Gut. Hier, Kaltress. Ja! Ähm, Alka, hier. Alter, ich bin gerade so kackig. Ich habe den so entspannt von Seite. Ne, ich brauche es selber. Ja, vielleicht auch. Ja, wir sind auch in der Kante. Achso. Töne, ich bin auch. Töne, ich bin auch. Töne, ich bin auch in der Kante. Und ich bin auch in der Kante. Ja. Achso. Töne, ich bin auch in der Kante. Ich bin auch in der Kante. Fuck! Irgendwer hat die Bombe gesehen. Ja. Ja, ich aufm Spielplatz aber noch, ganz weit hinten. NEIN! Oh mein Gott, die sind da schon. Die kommen vom B. Aaaaaah! Die Smoke kommt hier hingeflogen, Christian. Einer, einer B. Ich hab aber, weiß nicht, ob es die Bombe war. Die Bombe war erst aufm Spielplatz, also... Einer ist noch B. Hinter der Säule. Bombe plantet B. Bombe plantet B. Ja, zwei. Lass mich mal gucken, ich hab Arbe. NEIN! Aaaaaah, Mann! Da kommt einer hoch! Oh, scheiße, ich war low. Danke. Ich hab vorher einen Header gekriegt. NEIN! Kurz ist alles. Ah, das hab ich verkackt, ey. Oh, leid. Alter, ich bin so scheiße. Das ist alles meine Schuld. Ja, warum rennst du nur vor? Bleib doch rein, Paul. Nein, es hat damit nichts zu tun, Alter. Ich kann drei Leute von hinten kregen. Ja, warum machst du da nichts? Ja, weil ich scheiße gerade bin. Weil ich über eine Woche nicht gespielt habe. Irgendwer muss mir legen. Ja, blöd zu haben. Ich mach. Ja, M4. Ich hab schon. Ah, okay. Los, los, los! Lass mich mal lang, geh mal hier mitte. Lass mich mal lang. Da kommt nie eine. Jetzt werden die kommen. Jetzt werden die kommen, weil du gewascht bist. Bin zwar gewascht. Ich geh oben ans Fenster. Mein Ping steckt wieder hoch. Unten. Unten schon durch. Kaltes. Linke Seite. Mitte. Glaub ich. Nee. Ist nicht. Noch was mitte? Ich hab gerade kurz nicht im Blick, ne? Da war nur einer. Ich hab nur einen gesehen, Alter. Oh, zwei. Soll ich verschieben? Ja, natürlich. Mach mal. Au. Ich hab schon verschoben. Ich bin da. Schön, Alka. Ich bin im Full Flash. Unten an der Toilette an der Ecke. Zwei, wo Alka vorhin von der AWP geholt wurde. Zwei Stück. Kannst du von einem am Fenster bleiben? Spitt. Oh, der ist lang. Blank. Bomme down. Letzter Banane. Nicht felsen. Guckt die Bombe an. Ja. 9.50 hat der bekommen von mir. Los in eine eine temperaturen . Windeaschment página von u�. high five minus currently. Bremi. adventures. Bremi. Dein. Hinh! Sitive in Form! Ich mich noch wegen des M4 niece schon zu cait. Zum dmh. Kann ich doch mal ein oder crop aub. Ja, ich schläge den. Du hast die Arme, ja. Hinter dir. Bitte wieder einer da. AK ist bei mir. Ich schiebe mal zurück hier. Flash von Wasser von Kurz. Zwei Mitte, Wind A, Wind A. Da sind Bombes A. Ich verschiebe. Zwei sind im WC. Alka, ich bin sofort da, halt durch. Alka, bin da. Die sind immer noch da. Wisst ihr, was eigentlich dumm ist? Ja, nicht die. Bombe ist in den Toiletten. Ja. Bombe gepickt. Umgefallen, ey. Der ist an der Ecke, an der Kante. Links an der Kante, wo du vorhin von der AWP geholt wurdest. Danke. M4 ist besser. Christian brauchst du, oder hast du? Ich hab, ich hab. Ähm. Kaldriff? Wir müssen ne Echo haben, ne? Ja, ja, ja. Spielst du mit? Aber... Ich? Ja. Äh, hallo, guckst du mal genau ein? Die Frage sollte man jemand anders stellen. Ja. Hat zwar mal geguckt, wieviel Stunden kam das, was ich die letzten zwei Wochen hab. Und dann wieviel ihr so habt. Äh, laut. Wir haben auch nicht viel mehr gespielt. Gar nicht. Smoke, äh... Smoke und Flash von Kurz. Unten. Ich bin weggesmoked. Nice. Kurz auch, kurz auch, kurz. Mal schauen. Geplantet. Kurz durch. Bumble down, B. Letzter unten. Hinter der Säule. Säule. Counter Terrorist, we. Good job. Danke für die Tick9. Halt die Fresse. Ja. Go, go, go! Negative. Aua. Wir können ja froh sein, dass Tino noch scheiße war, was? Sonst hätten die gar keine Chance gehabt. Ja. Nice. Steps, Banane. Wie viel? Janik? War nur einer. Bumbe geht jetzt wieder runter, Connector. Könnte kurz kommen, Bombe. Aber mit von A... Steps. Kann mich einer pushen? Hast du das gesehen? Nee, gar nicht mehr. Wir sind pushen schon. Ein Stück vor. Ich bin allein auf A, ne, Jungs. Ja. Ja. Ist egal. Ich guck mal von lang, ne, während ihr da rumspielt. Au, Hilfe! Aua, Bombe ist da! Bombe, Bombe. Okay, alles klar. Lauf einfach weg. Aua. Der hat mir auch schon gegeben, der Bastard. Ist jetzt hinterm Truck, ist der? Plantet genau hinterm Truck jetzt. Der eine ist rechts. Irgendwo. Genau, letzter Scout. Decken, Decken! Nice. Gut. Wie der sich selber gekillt hat. Ich zieh grad aus und stirbt der vor mir. Dede. Dede. Jetzt sind wir leise. Worst Mörfer ever. Ich bin der Letzte, ich muss die Schnauze aufreißen. Ja. Gegen Ende wurden sie doch leise, ne? Ja. Gut Leute, damit verabschiede ich mich von Counter Strike Go. Schaltet wieder ein zur nächsten Folge. Denkt ans liken, abonnieren und kommentieren und alles mögliche. Haut rein Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.